So, zum Reisen F drücken, äh, Turmviertel, Black Lake Viertel, Vertrags und Sklave, wo muss ich hin? Ich guck mal ganz kurz ins Lok, ich glaube, das ist, ist das der Lok, ist das hier der faule Kerkermeister in einem dunklen Gewölbe, tralala. In einem dunklen Gewölbe nahe Baldur's Gate befindet sich ein inoffizieller Kerkar der flammenden Faust. All jene, die man nicht mit gewöhnlichen Strafen zur Zucht und Ordnung bringen konnte, wurden hierhergebracht. Irre Magier, Schwerverbrecher und niedere Dämonen. Lange herrschte Kerkermeister Normakronex in diesen Gewölben, doch seine lange Tätigkeit hat ihn müde gemacht, sodass er nur noch faul herumsitzt und nichts mehr tut. Seine linke Hand, Sergeant Prello, übernahm vor kurzem seinen Dienst. Sergeant Rumpel, wohl eher. Nun rebellieren seine Untergebenen und sogar die Insassenen kamen aus den Zellen, beendet diesen... Ach, jetzt lese ich ja den falschen vor, ich mach doch gar nicht nen Kerkermeister. Stimmt ja, ich mach ja die Tavernensager. Entschuldigung. Die Lieferung. Alle guten Abenteuer beginnen in einer Taverne. Bei Wein und bei Gesang. So erzählt man sich. Doch in der Taverne zum Küstenloch fehlt es genau daran. Die letzte Lieferung des herben Gerstensaftes ist nicht angekommen. Was ist mit der Lieferung geschehen? Finde es heraus... Ja, wenn Bier fehlt, dann sind wir natürlich... Ich hab die doch schon angenommen. Äh... Endboss ist jetzt was stärker. Achso, ja siehste, sag ich doch, hab ich schon angenommen. Okay, ich hab keine Ahnung, wo die Stadt findet. Die Taverne, was haben wir denn hier? Turmviertel zum Reisen, ihr Questpfad. Ich glaub, Probleme im Turmviertel. Zum Reisen klicken. Ich versteh grad nicht ganz. Berufe, neun Minuten verbleibend. Gefechte in neun Minuten. Hilfe und Support. Ne, will ich gar nicht. GM um Hilfe bitten. Wär eigentlich mal ganz lustig. Einfach mal viele Grüße. Ähm... Anstehende Ereignisse. Die gucken wir uns natürlich auch noch an, die Ereignisse. Jetzt möchte ich erstmal wissen. Kalender, Warteliste, Katalog. Wer ist denn Katta und warum log sie? Ähm... Abonniert neu zum Bewerten. Wie kann ich meine Quests angucken jetzt? Kräfte, Talente, Gefährten. Puh, I ist Inventar. L ist ein Turm. H ist Hilfe. G ist ein Schild. G ist die Gruppe, ne? Gildenverwaltung oder so. O ist Socializing. Freunde, ignoriert. Meine Gruppe. Gruppe suchen. Personen suchen. Könnten wir eigentlich auch mal machen. So mit Gruppen müssen wir eh früher oder später loslegen. Das andere ist L. Das ist der Lok. Problem im Turmviertel. Das ist die Hauptquest. So, da kann ich also gucken, wo das ist. Da setze ich mir mal einen Wegpunkt. Ich weiß nicht. Ah, ja. Jetzt kann ich... Ah, wenn ich einen Wegpunkt setze, dann... Ah... Ich entschuldige mich. Ich bin neu hier. Ich kenne noch nicht alles. Und wenn man jeden Tag nur eine 15 Minuten Folge raus hat. Oder 20, also so um die 15 Minuten Folgen raus haut. Dann hat man nicht die Chance, das Spiel innerhalb von einem Monat sofort perfekt zu können. Privatspielen ist ja schön. Hier nochmal für Thumbnail oder für Fanservice und so. Ne, aber ganz ehrlich. Privatspielen würde ich sehr gerne. Aber da fehlt leider momentan absolut die Zeit zu. Ich muss ja zusehen, wo ich Zeit herkriege. Deswegen heißt es ja auch Sightseeing. Na nö, wo kommen wir denn hier hin? In welch verruchte Winkel... Wir waren hier schon mal, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich glaube doch nicht. In welch verruchte Winkel zieht es uns hier? Hm. Es wird immer mysteriöser. Assistent Lugan. Achso. Und hier also fehlt... Wer öffnet denn hier ne Taverne? Der will doch keiner hinkommen. Ist doch irgendwo in der Sackkasse. So. Prädestiniert für Kneipenschlägereien. Ha 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 ha. So, lade, 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 lade Bildschirm. Lade Bildschirm nur mit dir. Es ist dunkel. Sieht ein bisschen aus wie bei Thief. Zähnchen kommst du? Sehr gut. Achso, noch muss ich ja nicht kämpfen. Noch ist alles gut. Ich bin das gewohnt sofort loszuschlagen. Okay, der Kommentar hat aber recht. Es ist wirklich sehr leer hier. Die Geschäfte laufen wohl nicht so gut. Also es ist sehr leer hier. Huch. Ich dachte grad, das wären Bretter, die da reingucken. Das ist aber ein Sonnenstrahl. Okay. So, was darf's denn sein, Pepe? Hm? Darf ich ja was zu trinken anbieten? Immerhin bin ich ja offenbar der Barkeeper, weil ich steh hinter der Bar. So, komm Pepe. Sag an. Pepe, schau dich traurig an. Was willst du hier? Ach nee, da ist Pepe. Jetzt fällt mir grad kein Mexikaner ein. Was willst du hier? Wir haben geschlossen. Die Tür war offen. Meine beiden Brüder Pedro und Panos sind unterwegs nach Westbridge, um Nachschub an Bier zu besorgen. Sie hätten gestern ankommen müssen. Ei, ei, ei. Ich hoffe nur, es ist nichts passiert. Der Weg nach Westbridge ist weit. Sie wollten eine Abkürzung durch den Wald hernehmen. Würdet ihr mir einen Gefallen erweisen und nachsehen, wo sie bleiben? Natürlich. Schließlich bin ich hierhergekommen, um etwas zu trinken. Ein anständiger Zwerg braucht hin und wieder mal ein bisschen Feuchtspüler für die Kehle. So. Sprich mit Pepe mal abgeschlossen. Wir folgen mal dem Pfad wieder nach draußen und gucken mal, wo das Bier bleibt. Weil ganz ehrlich, wie soll ich denn hier, wie soll man denn hier die Reise überstehen, wenn man nicht mal ab und zu hochpatching zehn Pfeils? Ah, guck mal da oben. Da wird ein bisschen rumgepatcht. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir gerade eine Foundry-Quest spielen. Huch! Sie haben ein neues Lager entdeckt. Es sieht beinahe so aus, als wäre die Kneipe plötzlich durch einen Zeitriss irgendwo anders gelandet. Ich mag die Lagerfeuer übrigens. So. Was ist denn das? Der umgestürzte Baumstamm deutet auf einen Hinterhalt hin. Daneben befinden sich noch ein paar Spuren eines Karrens. Du kannst keine Leichen entdecken. Vielleicht sind die beiden Brüder noch am Leben. Plötzlich hörst du ein lautes Rascheln überall um dich herum und eine Horde Goblins stürmt aus dem Wald. Verdammt! Ein guter Tag! Alter! Habt ihr keine Manieren? Ich werd euch Boris lehren! Und los geht's! Was? Nicht genug Aktionspunkte? Was? Na! Kommt her! Ihr Gesindel! Der ist für dich Zähnchen! Schnapp ihn dir! So. Achja. Symbol aufheben. Das war ja doch ein relativ kurzes Vergnügen. Also eigentlich kommen wir hier doch ganz gut zurecht. Ich muss nur mal dran denken ab und zu den Gesundheitsschlag auszuführen. Auf welcher Taste war der Q oder E? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wir müssen offenbar... Da ist ein Weg und wir müssen aber trotzdem durch den Wald. Ich bin doch kein Elf! Ich hüpfe doch hier nicht über die Bäume! Und offenbar... So! Vielen Dank für die Gesundheit mein Freund! Das war wirklich nett von dir. Hier sind ja überall welche in den Büschen. Und da liegen noch welche... Was wollt ihr denn hier bitte? Ich schlag dich aus den Gamaschen! Ach, was ist das denn? Das hört sich jetzt grad falsch an. Huch! Ach, da hab ich den Sprung gemacht. Äh... Zähnchen! Komm her! Nein, Zähnchen! Alter! Huahaha! Drei? Ach nee! Alter Schwede! Boah! Da langt er hin! Da wächst kein Gras mehr! So! Aber der ist eh gleich weg! Aua! 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 Halt! Aua! 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 Da hats mich noch erwischt. Ich dachte gerade, ich kann noch flüchten! Jetzt aber gut hier. Meine Fresse! So. Unidentifizierbarer Gegenstand! Sehr aus wie ein leckerer.. Ein leckeres Pistazieneis! Na? Ihr Kleinen! Wie siehts denn aus? Hm! Wolln wir spielen? Da wackelt der Baum, wenn man gegenschlägt. Alter. Was hat denn der Zwerg für mächtige Kräfte? Und wieso führt der Weg in den Fels hinein? Ich glaube, der führt daran vorbei, in Wahrheit. Schnitter. Und da hinten sind ja noch lauter Schafschützen. Ich glaube, ich mach mal folgendes. Ich glaube, ich mach mal ein Ambush auf die Schafschützen. Die ja da hinter dem Dingens stehen. Es ist so ruhig hier. Und dahinter ist eine riesige Steinstatue. Ich hoffe, die steht nicht gleich auf. Nein! Scheiße! So, das neue Schwert sieht doch schon zärtlich aus, würde ich sagen. Geile Statue. Was ist denn los, Zähnchen? Alles gut? Oh, dann ist er gut. Ich dachte gerade, ich kann ihn mit Alt-Tab anvisieren. Dankeschön! Das war nötig. Dann hol ich mir aber da die Kohle. Und da hinten... So, da sieht die Welt doch schon wieder anders aus. Huch! Hier sind aber wirklich viele Goblins. Und die sind alle nur wegen dem Bier hier? Na, das muss aber ein fantastisches Gebräu sein. Okay, die Spur führt uns in das Lager hinein. Und ich muss dringend Heiltränke kaufen. Das darf ich nicht vergessen. Okay, der Ogre geht weg. Den schnappen wir uns später. Zähnchen, mach keine Dummheiten. Bleibs bei mir, ne? Org-Aufseher. Der Ogre geht da hinten lang. Gut, ich hoffe, wir können dann in der Zeit, bis der Ogre kommt. So, da kommt der Ogre angewalzt. Ogre wild. Jetzt warte ich noch mal ganz kurz, bis meine Dinger wieder aufgeladen sind. Hallo, Ogre! Oh, 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 oh. Nein, weg! Aua! Weg! Du bist gleich Geschichte! Zwei, eins, eh! So. Durchdringende Schuppen. Ja, ich hab eigentlich ne Rüstung. Oh, da hinten liegt einer der Brüder, wie es aussieht. Ich hab eine Rüstung. Na, ich freu mich. Anlegen plus sieben und jetzt kommen wir... Anlegen plus sieben. Okay, aber dann nochmal 38 Rüstungsdurchdringung und 21 Verteidigung. Das ist schon mal ganz gut. Yeah, endlich. Boah, meine erste Rüstung. Hui. Und Stiefelchen. Huhuhuhu. Haben wir Identity-Rollen hier? Ja, mach ich mal drauf. Ich glaub, ich hab... Was hab ich da momentan für Stiefel eigentlich? Auf jeden Fall nicht solche, wie ich grad empfunden habe. Empfohlen. Zack. Ja, ja, ja. Hau rauf. Natürlich. 10, Stufe 10. Ich bin doch schon neuneinhalb. So, Brüderchen. Was ist denn los? Mit Leiche sprechen. Die Ver... Ach, der lebt noch. Die vermeintliche Leiche zuckt plötzlich und greift nach deinem Arm. Der Mann röchelt und spuckt Blut. Oh, 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 oh. Ach, ach, ach. Na, äh, la. Dann lässt er deinen Arm los. Huch. Steht nochmal auf und fällt wieder hin. Gut, sein letztes Wort ist also... Gilt also dem, dass wir quasi das Bier erretten. Und die Spur führt uns jetzt tatsächlich da hinten in eine Höhle. Ich würde gerne dem Weg folgen. Was vielleicht auch die bessere Idee wäre. Ach, nee, hier ist ne Höhle. Ach, eine Höhle. Zum Höhle betreten, F drücken. Das machen wir natürlich so gleich. Ist richtig lustig, diese Foundry Quest, dass es von Spielern generiert wird, finde ich sehr geil. Muss ich ja mal sagen. Vielen Dank. Gut. Außerdem.